Oder ich gehe in das Lager und hoffe, dass du hier noch ein Verkäufer hast. Auf Black Dagger Banditen wurde ein Kopfgeld ausgesetzt. Stimmt, da war da was. Auf die Black Dagger Banditen ist eine Belohnung. Okay, ich brauche aber erstmal was zum Verkaufen. Hallo, ich brauche das nicht mehr. Ich brauche das gleich noch. 78 Trefferpunkte, 65 Erholung. Warum habe ich die nicht an? Erhaltet eine Belohnung für Black Dagger Insignien. Können die da tauschen noch, ja? Nur tote Banditen sind gute Banditen. Erkannst du, Black, weil du wirst uns in die Trinung, wenn ich habe, mehr Weißsaalungskugel brauche ich noch, oder? Eine Kugel, die aus Fragmentenzug, von zerbrochenen Kugeln zusammen mit der 2, denn die brauche ich noch. Gesegnete Chinesen hat 2 ja nach. Hat mehr Schaden dazu. Warum habe ich den nicht? Okay, weg. Schützensamulett. Weg. 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 Egal. Silberteller kann weg. Kugtermaske kann weg. Die Erholung, Becher kann weg. Hausammels, was? OTP. Äh. Weg. Schuhe sind egal. 171 bis 210 Schafen. Kraft und Rüstungsreaktion. Kann der weg. Brauche ich noch. Hände nicht mehr, kann weg. Bewährenbesitz kann weg. Stein der Gesundheit kann bleiben. Quarz kann weg. Ach so, das sind ja die Regelungspunkte. Den brauche ich auf jeden Fall noch. Der kann weg. Der kann weg. Wer bist du? Dann weg. Nicht möglich. Danke dir, ich brauche das Schwert. Die nächsten zwei Händler ist doch besser, oder? So, 71. Okay, tschüss. Äh, das Schwert kann auch weg. Okay, danke. Ähm. Hallo. Einverstanden, mein Freund. Stürzt euch ruhig auf alle Baditen, die euch begegnen. Ich zähle keinen der ihren zu meinen Freunden. Erzähl mir über das Eirekt, das Black Dagger Stürm. Es ist uns gelungen, ein Belagerungsturm bis zur Brücke zu bringen. Über das gesenkte Sturmtor des Belagerungsturms solltet ihr in die Black Dagger Feste gelangen und Malos Black Dagger den Chaos machen können. Oh, und weiter? Wiedersehen. Na, egal. Hallo. Du hast was für mich. Weiß es ganz genau. Mal gucken, was drin ist. Da kennt man die Defizit der Gegenstand. Das ist ein... Müllhauf. Was haben wir hier eigentlich drin? Schatzlade ist durchreichend Wiederbelebens. Oh, da finde ich schachschlüsse. Schlüssel? Ich habe keine Schüssel. Okay, dann... Gratis Grog für Kopfgeldjäger. Abenteuerbelohnung, das ist 5. Liste der verlorenen Schöpfsel. Schlaf auf. Und... Weg. Ähm... Was später? Gersiegelte Truhe. Ein Questgenuss, After-Fact Wiedergewinnung. Ähm... Ja, dann viel Spaß euch und ich werde mal kurz... Okay. Okay. Ich bin jetzt so in Schakrölle. Und in der Infizierung. Okay. Lass mal die hier. Dann kann ich es nur in der Hoffnung, dass ich von denen... Scheinbar nicht. Verwendet die Weissagungskugel in der Bleggerfeste, um die verbogenen Sprecher so auszudecken. Okay. Ähm. Ei. Getränkeleiste zu. Du meinst du. Ziemlich gut. Und das. Weissag. Und das. Bäh. Wie bei den. Ich bin ich. Bäh! Ich bin ich. Herr. Herr. Hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das ist ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das ist ein Dokument. Oh, das ist ein Dokument. Das eigentliche Thema ist, wie Google sagt, wo Dokumente liegen. Oh, das ist ein Dokument. 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 All right. Ich habe die Kugel nicht, oder? Soll ich zwölf Dinge erfinden, aber kannst du mir das mal einzeigen? Geht, Cedar! Geht, Cedar! Okay, ich versuch's jetzt noch einmal. Sag mir, wo die Dokumente sind. Da zum Beispiel. Okay. Geht, Cedar! Ich schneide euch! Schlecht! Schlecht! Geht, Cedar! Geht, Cedar! Amit! Geht! ich gehe noch vielleicht irgendwo in der Bühne rum hier Da ist einer! Hier. Okay, dann geht's ja. War ich da gerade? Okay, dann geht's. Okay. Okay. Okay, also hier ist nichts. Hier bei dem Altar ist auch nichts. Ist hier irgendwo in irgendeiner Ecke besteckt? Schade. Wenigstens weiß ich jetzt, dass es sich um Kugel-Echos handelt. Sieht dann komisch aussehen. Hallo. Hier bei der Kugel. Fälfte? Sechs von zwölf. Okay. Okay. Alles klar. Endes rein, nicht mehr hier oben nicht, ja? Acht. Ne, noch zwei. Seh, vier. Inventar ist vorgeständig, für den. Wutsch, in der da. Oh mein Gott, ist da viel Karten drin. Egal. Äh, ihr okay? Gut. Um zwei Sachen auch zu sammeln, die auch nicht unendifiziert sind. Ja, ein Spion. Ein Spion. Ja, ein Spion. Spannende Musik Okay, mich zieht es ein bisschen in die Richtung, aber da draußen auf jeden Fall nicht. Hier ist ein Spion. Hier ist ein Spion. In Spion gab es, glaube ich, gratis gerade und es hat sich so ein Gefühl, Tobi, ähm, Kubel, sagt mir da ist was. So, das heißt noch ein Punkt, wo Kubel sich besteckt. Steig ein bisschen! Haus! Drei! Drei! Ah! 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 Aha! Ah! 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 Das ist wieder Eingang. Da hatte ich noch was übersehen. Weil ich nicht wusste, was es ist. Hatsching? Okay. So könnte ich das auch uns analysieren. Abschließend. Bionage-Informationen. 14 Minuten. Was? Äh. Auf Black-Dagger-Banditen wurde ein Kopfgeld ausgesetzt. Wir gehen nicht. Okay, die gehen recht schnell. Dann trinke ich einen kurzen Schluck und dann ist das auch schon fertig. Tsching! Ich habe ein schreckliches gesehen. Das glaube ich dir sogar. Was muss ich dafür jetzt noch machen? Nichts? Okay. Die Seehöhle. Kann die draufmischen. Okay. Drachenangriff. Okay. Zu Sibela zurückkehren. Protectors Enclave. Protectors Enclave. Tut den Banditen! Äh. Nein. Ersteckte Mine. Okay, dann werde ich erstmal... ... ihn belästigen. Mit... ... Krams. Ja, tschüss. Tschüss. Auch weg. Die können eigentlich auch weg. Da habe ich den Bronzebecher. Spionage-Informationen brauche ich noch. Aber dafür... ... äh... ... lehre. Ich... ... auch 25. Weg. Irgendwann ist das Stab von Sapras. Brauche ich. Äh... Stufe 25. Und dem Bezügel. ... kommt alles weg hier. Außer das, was ich brauche. Nimm mal voll was? Okay. Ähm... Nimm mal voll ist zwar was anderes, aber... ... erhaltet eine Belohnung für Black-Dagger-Insignien. Gut. Schriftrote des Lebens. Identifikation. Nur tote Banditen sind gute Banditen. Äh... ... Heiltrecke lasse ich hier. Warum kann da hin? Die sind jetzt auch alle darunter. Stecken die halt da drin. Kommen die Diamanten rein. Irgendwelche komische Kisten. Festgegenstände. Was auch immer. Altar-Dinger. Und die Dinger. Ich glaube, ich sollte... Ich habe Schreckliches gesehen. Sollte mir bei Gelegenheit nochmal... ... mehr Pickenquatsch. Warum bei Gelegenheit? Kann ich doch jetzt machen bei Ihnen hier Medi-Bag. Äh... Gesundheits-Zeugs. Auf Black-Dagger-Banditen wurde ein Kopfgeld ausgesetzt. Äh... Schwach oder klein? Oder der? Schwächereil-Trank. Chillen. Muss rollen. 25. Haben's ja. Jetzt. 5. Ach, da kann ich auch immer... Egal, komm, ich bin verschwenderisch. Medi-Pack und Heiltrank, immer gut. Der hat auch. Ja. Bis zum nächsten Mal. io. Vielen Dank.